Hallo ihr Lieben, das soll nur ein ganz, ganz kurzes Ankündigungsvideo werden und zwar wird es am 9.9. auf meinem Kanal um 18 Uhr ein Hangout geben mit mir und der lieben Daniela von Miss Sommersprosse. Und zwar wird es in diesem Hangout um ein Interview gehen, was Daniela mit mir führt. Sie hat sich da ein paar Fragen ausgedacht rund um das Thema Booktube und Daniela wollte mit diesem Interview gern auch noch auf eine Aktion aufmerksam machen, wo es um das Thema Bücher geht. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei sein könntet am 9.9. um 18 Uhr. Daniela freut sich bestimmt auch und ja, ich bin schon sehr gespannt. Wie gesagt, Daniela wird mich interviewen und mal schauen, was sie sich für Fragen so ausgedacht hat. Und wenn ihr Bock darauf habt, dann schaut am Sonntag auf jeden Fall vorbei. Ich freue mich. Mehr wollte ich an dieser Stelle eigentlich auch gar nicht sagen. Ich würde sagen, dann vielleicht bis Sonntag. Ciao!